Was? Als ob ich immer noch nicht alle besiegt hab. Holy! Da! Oh Gott! Oh Gott! Als ob ich den getroffen hab. Jetzt hab ich aber alle, oder? Ich glaub, jetzt hab ich alle. Hab ich noch Fälle? Ja. Heilige Scheiße, Alter. Okay, ich sollte mehr die umgeben und checken, als nur so ein bisschen. So ein paar Soldaten ausschalten. Nein, ich sollte vielleicht wirklich mal anfangen, alle auszuschalten. Überall nachzugucken. Wäre, glaub ich, sehr von Vorteil. So, was haben wir hier? Achso, von da bin ich ja runtergesprungen. Stimmt. Stimmt! Pfeile. Mit Pfeilen sind wir voll? Nein, jetzt sind wir aber voll mit Pfeilen. Okay, super. Hier. Könnt passieren. Super. Ach ja. Granaten. Hier brauchen wir nichts mehr. Ich könnte da oben nochmal nachgucken. Da ist schon wieder so eine Wand, oder? Oder? Ne, die kann ich so aufziehen. Okay. Müsste ich aber vielleicht von hier machen. Das macht, glaub ich, mehr Sinn. Nein, ich... Okay, ich brauch ein stärkeres Werkzeug dafür. Alles klar. Opa! Könnte ich mal... Bleib da hängen, Lyra. Danke. Endlich kann sie rüber... Okay, ja gut, das hat mir ja viel gebracht. Wow. Da müssen wir, glaub ich, da lang gehen. Von hier aus dann gleich irgendwie da hoch. Komm schon. Der brennt ja immer noch nicht. Was ist denn mit dir? Mensch. Der ist ja... Alter, kannst du jetzt mal sterben? Meine Güte. Komm, wir haben noch mehr hier. Komm, jetzt! Und deine Mutter schießt. Was ist hier? Pfeile. Super geil. Wieder Pfeile. Brenn doch mal! Danke. Dich hab ich auch gesehen. Und dich da oben auch. Was ist das? Ich hab jetzt eher erwartet, dass der da unten noch lebt. Hüah! Okay. Jetzt hab ich sie aber, oder? Was ist das? Ich glaub schon. Ja, sonst wär die Musik noch weiter. So, übel krass, sag ich mal. Ach Mensch. Da oben ist doch noch einer. Jetzt aber. Okay. Meine Güte, ey! Ich hab doch getroffen. Jetzt aber, oder? Ach, komm, die Kiste, die lassen wir in Ruhe. Ja, jetzt hab ich sie. Okay, gut. Meine Güte, ey. Kann ja nicht. Barstein. Kann ich nicht jumpen? Doch, kann ich. Okay. Warum nicht gleich so? Alex, lass du ein Mist, bist du denn da wieder reingeraten? So ein Kleinen. Was hab ich grad verpasst? Dass die Musik auf einmal so... Ohi! Nicht reinfallen. Dass die Musik auf einmal so komisch wird. Das Lagerfeuer. Sehr geil. Hm, das hier noch. Könnt ihr wieder lesen. Hier. Lerat, völlig recht. Ja, find ich auch. Oh mein Gott, wir haben so viel. So viel, so viel, was auch immer das ist. Fühlt der Name nicht ein. Ähm. Ich weiß es nicht mehr. Äh, was ist die... Beschleunigung. Beschleunigung mein Dings. Ach, das wollte ich unbedingt machen. Genau. Brandmunition. Sehr geil. Gut. Die Tür können wir dann später wieder öffnen, denke ich. Ist noch überall pflanzen, aber... Egal. Ich will da hin. Zack. Sieht halt echt geil aus hier, ne? Ohne Witz, es sieht halt echt verdammt geil aus. Ei, 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 ei. Wir sind mittlerweile im dritten Part. Von der Aufnahmesession. Wie sollen wir hier... Ach, da kommen wir wieder zurück. Okay. Nein, okay. Sehen die mich echt nicht? Ich hab mich schon gewundert. Oh fuck, ist der riesig. Kacke. Kacke. Alter, was ist das für ein fetter Typ? Digga. Der ist doch nichts mehr normales. Wie soll ich das denn unbemerkt machen? Ich kann ja hier meine Waffen nicht benutzen. Ich darf nicht. Ich darf meine Waffen nicht benutzen. Nein, kann ich nicht. Und weg. Oh Gott. Okay, wie mach ich den jetzt? Shit, man. Jetzt aber. Okay, wir haben's. Okay. Nein. Digga, was ist denn mit ihm? Nicht im richtigen... Was? Drücke doch... Ich hab doch F gedrückt. Okay, hier hab ich mehrere Chancen zu treffen. Okay. Wir haben ihn. Alter Vater. Was ist das für ein fettes Vieh, Mann? Ja, wir kriegen unsere neue Ausrüstung. Cool. Sehr geil. Steigklemmenantrieb. Was? Okay. Benutzen Sie das... Nein, ich hab doch... Ich hab... Benutzen Sie das Seilaufstiegswerkzeug, um mit Seile... Äh, was? Um mit Seil umwickelte, schwere Objekte heranzuziehen. Cool. Das ist sehr, sehr cool. Zack. E drücken. E gedrückt halten. Okay. Okay. Okay, was jetzt? Ah, es fällt rund. Tja. Danke. Sehr nett. Alter, Vater. Ich kann ja keine Tür aufmachen, wie es aussieht, okay? Ich schätze, das ist unser Zimmer. Heilige Kacke. Ja, das sieht aus wie unser Zimmer. Hab ich noch Kaffee in meiner Tasse? Ich glaub, der ist schon arschkalt jetzt. Hm. Geht so. No Smoking. Es ist so viel passiert. Ja. Hm. Ja, machen können wir hier nichts. Okay. Shit, als ob die mich bemerkt haben. Hm. Noch irgendwo einer? Nee, ne? Das war auch gerade keine Kampfmusik, alter. Ist da unten was? Ich hab grad irgendwas gehört, ey. Fähigkeitspunkte erhalten. Schöne Sache. Bist du hier drin? Schrei doch nicht so. Aber alter Vater, ist das so laut. Komm schon, ich will singen. Ich hab' da viel aus. Alex, bist du das? Lara, keine Gestein. Was warst du hier? Was ist los? Bist du okay? Ich sitz hier unten fest. Es liegt nicht du nach. Die Tür ist blockiert. Aber mit dem Frachthaken krieg ich das hin. Alles durch, okay? Okay. Ich bin da raus. Aber lass mich. Verdammt. Die Schiene ist blockiert. Ich muss irgendwie da raus, um sie freizukriegen. Ach nee. Okay. Wieder zurück. Okay. So. Das war zu weit, wie es aussieht. Hä? So, nein, warte. Okay, dann müssen wir, glaube ich, an das Dings. Nee, okay. Joom. So, die Schiene ist blockiert. Ja. Ah. Kann ich jetzt darüber? Nee, kann ich nicht. Okay, aber wir können jetzt nochmal das Ding ziehen hier. Okay. Zack. Och, das ist so ein Rätsel. Och, Menschenskinners. Das können wir doch nicht mit mir machen. Okay. Wir kriegen das hin, Leute. Wir kriegen das hin. Zack. Dann hier ran springen. So. Dann das hier nach dort ziehen. Komm schon. Und jetzt... zu mir ziehen. Nein, nicht noch da. Och, Mensch. Ach so. Ja, ich kann das ja. Ich muss einfach nur gegenspringen. Boah, bin ich dumm. Okay. Und gegenspringen. Ich weiß. Ja, du bist aber kein Star im Actionfilm. Ich bin hier der Star in diesem Action-Spiel. Beziehungsweise, Lara halt. Ne? Ja, bin dabei. Aber es ist verdammt laut hier. Dieses Spiel, ey. Heilige Kacke ist das laut. Boots. Perfekt. Und wieder ziehen. Sehr gut. Oh, Alex. Du hast das Werkzeug. Wow. Ich hab dich beeindruckt. Immer raus. Oh, Gott. Oh. Tut mir leid. Tut mir leid. Gut. Das war's. Und mit dir Tanzkarrieren. Haha. Oh, nicht dein Ernst. Okay. Was machst du denn? Du bringst uns nach oben. Ich komm dir nicht mehr raus, Lara. Nimm das mit. Nicht ohne dich. Hey, wie oft kann ein Typ wie ich schon ein Held sein? Oh. 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 Jetzt. Charlie! Alter, Kacke! Was? Halte, eh. Oh, cool! Ich meine, ich hatte jetzt... Alex war ja kaum irgendwie eine Figur in dem Spiel, die irgendwie viel gemacht hat. Nicht so wie hier... Wie heißt er? Wie hieß er? Fuck. Der, der in den letzten... Peace, der... Fuck. Wie fällt der Name nicht ein? Kacke. Ähm... Der, der sich auch geopfert hat mit der Achse im Rücken. Also, der die Achse im Rücken bekommen hat. Tchiuuuuun! Das ist cool. Das ist sehr, sehr cool. Zack! Ihr wisst, wie ich meinen, glaube ich, ne? Der hat ja mehr geleistet, sag ich mal. Krieg er nicht runter? Nein, kann ich nicht. Also, jedenfalls bringt es mir nichts. Okay. Ähm... Aber trotzdem, es ist kacke, dass er jetzt auch down ist. Also, weg ist. Aber er hat sich auch geopfert für uns. Was ein sweeter Typ. Okay. Wie viele Dings haben wir denn? Eigentlich könnte ich hier die Aufnahmesession schon beenden, aber ich will nicht. Ich hab grad mehr Bock auf Tom Brady. Ja, wir könnten noch einen Willigkeitspunkt reinstecken irgendwo, aber brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Aber ich beende gleich doch den Part in meinen Magenknot. Übelst. Ein altes Tagebuch. Kann ich da wieder hoch, bitte? Ihr könnt Pause drücken. Das kann ich aufmachen, okay. Eigentlich, äh... Will ich speichern. Ach, hier sind wir. Okay. Oh, wow. Okay. Gut. Aber hier war doch auch irgendwo noch ein Lagerfeuer, oder? War hier nicht auch irgendwo ein Lagerfeuer? Setzt durch ins Lagerfeuer. Singt das Lagerfeuer-Lied. Hier war doch irgendwo ein Lagerfeuer, oder nicht? Ich weiß es nicht mehr. Nice. Ja, doch hier irgendwo. Da hinten war eins. Genau. Perfekt. So, super. Wieso hab ich diese Kiste übersehen? Geprägt im Jahr Meiji. Ach, ne neue Münze? Okay. Mh... Da oben hoch, okay. Komm schon. Danke. Können wir nicht noch irgendwo was aufmachen, aber ich glaub, es war da hinten, ne? Oh, schön, dass wir nicht mehr so hochklettern müssen. Das ist super geil. Ha, das ist sehr geil. Okay. Lagerfeuer. Noch schnell den Fähigkeitenpunkt irgendwo rein klatschen. Ich würd sagen, hier irgendwie. Was ist das? Schatzkarten sind nur noch ihre Karte verzeichnet. Ha. Ah, okay, ja, das nehmen wir. So, und dann müssen wir noch das hier machen. Sammeln sie zusätzlich Belungen beim Plimmer von Tierkadavern und Lebensmitteltruhen. Okay. Gut, Leute, dann würd ich sagen, wir sehen uns bei... Das nächste Mal wieder. Haut da rein. Na. Na. Vielen Dank.